Das wäre eine Möglichkeit, ja. Normal, aber mal rot, Junge, dann hast du die gute Stimme. Aber ich glaube, man kann sogar, glaube ich, mit Hilfe von Steroiden oder so seine Stimme verändern lassen oder so. Ja, ins Helle, mein Freund. Kennst du nicht sein Muskelpaket? Uff, der redet wie, wie redet der Typ, so ein bisschen wie Mike Tyson. So mäßig, weißt du? Digga, diese Quadratschille jedes Mal. Was wird das hier, Alter? Wenn ich nachladen will, kommt der mit so einer Pisse hier rum. Aber nur das Bescheid, ich bin auf 5300 Punkte. Das heißt, wir kriegen schon harte Schwitzer. Digga, hast du nicht einen anderen Charakter mit Null? Ja, ich glaube schon. Ich habe noch einen anderen, aber ob ich mit dem dann richtig gut spielen kann, ist eine andere Frage. Stupid. Fuck. Ich lösche den, mach den Wall-Up. Ähm. Ab ein. Stress. Perfekt. Was? Ah, was für ein glücklicher Pisser, wirklich. Oh, fuck. Digga, ich habe ihm vier Headshots gegeben. Gerade im letzten Headshot macht der einen Dodge. Stupid. Digga, was war das denn für ein Schwert-Move? Ah, Digga. Oh, okay. Oh mein, hast du gerade gesehen? Oh mein, hast du gerade gesehen? Ja, dass du aber auch keine getroffen hast, die ist auch nicht normal. Hallo, Motherfucker. Fuck. Lästiger Pisser, Junge. Oh, hast du den Heavy gesnackt? Snackt. Nice. Oh, ich bin weak. Nice, nice, nice. Oh, Digga, die sind richtig gut, Digga, für die spielen. Holy shit. Ja, einer ist gut, Digga. Der Rest ist scheiße. Ja, der eine der Snipe-Wegel, der ist irgendwie nicht ganz legit, Digga. Der trifft gefühlt bei mir jedes Headshot. Geht. Stupid. Ah, Penner. Einer kommt. Einer kommt von Heavy-Seite. Hab einen. Einer ist Krieg bei mir. Lul. Stupid. Ah, wie unangenehm. War Revoker-Budyshot, Diggi. Alles gut gemacht, Digga. Sehr schön. Das ist schwer, ne? Ja, Digga, das ist Premium, Alter, wie du spielst mit mir. Respekt. Du rittest manchmal echt mein Arsch. Der Arsch rettende Grusilla, Junge. Dein Ernster? Ja, ich hab ihn rausgeholt, Digga. Er hat eine 3er K-A-D. Ja, Moin, Digga, was sind das für Leute, Digga? Das müssen ja Götter sein. Ja, weiß ich, wie geil es wäre, wenn man Destiny so ein Trade System einbauen würde. Also, du gibst mir eine God-Roll-Waffen und ich geb dir halt, was ist nicht, 20 Blues. Ja, sehr nett. Vielen Dank. Oder was würdest du gegen deine God-Roll-Dire-Promise eintauschen wollen? Gar nichts, Digga. Es gibt nichts, was ich eintauschen würde dafür. Oh, what the fuck, Digga. Alle drei waren auf meinem God gerade. Richtig schon angenehm. Oh, ich muss schnell dahin. Nein! Also finde ich einen, das lohnt sich nicht. Oh. Oh! Sehr, sehr, sehr komisch. Aber die sind richtig gut, ohne Witz, Digga. Das sind richtige taktische Leute. Ja, ja, Digga. Ja, ja, genau. Digga macht alle mit innen Hitchhack. Genau. So, wie geht das? Ja, genau. Ich bin richtig. Ja, genau. Ja, genau. Ah, du mieser Hund. Wo ist dieser Piss, Alter? Wie schnell verpisst der sich? Ja, der hackt sowas von, Digga. Dieser Turn hackt so dermaßen, Digga. Digga, der hackt nicht. Digga, sieh das dir an, bitte. Ich habe auch schon die miesesten Headys gepolt. Keine Sorge. Ja, ja. Oh nein, nein. Das war ein anderer, Digga. Mein Gott, wie viele Supers haben die denn noch? Ja, wie viele Supers haben die denn noch? Ja, habe ich auch gemerkt. Gar nicht. Oder zum Beispiel so ein Mädchen, hat so richtig, so, äh, so, ist so gerade so, ihren, äh, in, äh, in, äh, wie nennt sich das? Pubertät, genau. Und dann so, so wie ne, wie so ein Mann, und dann so, äh, und dann so plötzlich, nee, egal, vergisst du es, ich kann keine Witze erzählen, ich bin dumm. Ja, das war der Scheiß. Ja, mein Brain ist wieder ein bisschen, äh, wupp. Äh, Sonntag ist immer so ein Tag, wo ich mir denke, nope, da bin ich los. Das ist Tag der offenen Tür, Digga. Das ist Tag der offenen Tür. Das ist Tag der offenen Tür. Geil. Digga, abgo. Ja, haha. Nee, Junge. Ey. Aber ich kenne irgendwo Frame her, ich weiß nicht wo. Nein, nein ähnlich glaubicher, nämlich weiß bisschen gut. Ich weiß es nicht. Ah, wie unangenehm. We've been knocked out. Allies down. Allies down.